Mit meinem Kollegen Dr. Albrecht Schütter arbeite ich hier in der CDU-Landtagstraktion, aber auch im Rhein-Neckar-Kreis sehr eng und vertrauensvoll zusammen. Er ist ein Kollege und vor allen Dingen ein Abgeordneter, wie sich Bürgerinnen und Bürger einen Abgeordneten nur wünschen können. Er geht mit großem Interesse die Bedürfnisse von Firmen und der Bürgerinnen und Bürger in seinem Wahlkreis an und versucht, das Beste für alle Beteiligten zu erreichen. Die Bedürfnisse von Firmen und Bürgerinnen und Bürgermeister